Ich gehe raus. Okay, glatt zu kommen. Hey, warte auf euch auf. Und bevor ich gehe, will ich euch sagen, ich habe Tausender Kiste. Ich weiß, was er sagen will. Hä? Ich weiß, was du sagen willst. Tausender Kiste. Ja, geh mal. Kumpel, Leute. Leute, was ist wieder? Ja, sei nicht normal, Leute. Bei Allah. Junge Internet. Ist mein Internet schlecht? Soll ich offline? Ja. Ja. Ist mein Internet schlecht? Merci, danke, danke an jeden. Macht Plus weg, Leute. Ich lese alle Namen vor jetzt. Nur noch 300 Menschen fehlen. Also bez kingdom. Tschüss Leute, tschüss. Zeig was ich zeig Leute. Zapfen oder was? Chill doch ein bisschen. Chill bis dein Freund kommt. Ich sage Sachen was ich von seinem Freund mitbekomme Alter. Wallah. Hier. Zapfen. Das ist Zapfen. Zeig, zeig, zeig. Hier. Warte Leute, warte bis er kommt. Zehnundanzig Uhr fünfzig kommt er. Ich mache mir Sorgen, denkt ihr Harun kann noch laufen? Polter. Stellt euch vor Leute, vielleicht haben die ihm Rosen gekauft und haben ihm gesagt, sitzt auf Rose. Rote Rosen. Und habe ihm gesagt, Rote ist die Farbe der Liebe. Während er auf Rosen saß. Alles ist möglich Leute. Oder die haben ihn in die Kälte geschickt in Alaska oder so. Und er muss auf Schneemann sitzen. Schlimm Leute, Wallah. Wallah. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wartet. Leute, gebt Meinung, was denkt ihr, wo ihr drauf sitzen musste, Leute, gebt Meinung, seid nicht eingeschränkt im Kopf mit zeig, 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 gebt eure Behauptungen, was ihr denkt, wo ihr drauf sitzen musste, was ich zeige, ich kann nichts zeigen. Oh, Chip. Oh, du hast ihn, du hast ihn. Oh, ich möchte quello, du hast ihn. Ich bin gerade online gekommen. Ich habe gerade diesen Account geklärt. Ich konnte nicht leicht. Ich war gestört. Was ist los? Geht es gut? Stimmen die Gerüchte? Er wurde gepackt, aber er ist nicht gestorben, Bruder. Viele sagen gestorben. Man kann sagen Rest in Peace und so, aber das kann man auch Lebendigen wünschen, dass es nichts schlimm ist. Viele verstehen das falsch. Viele sagen, er wurde gefreutert und so ein bisschen. Er wurde ... Aladin, erzähl was Sagen Sie. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Es gibt auch keine Videos. Viele denken so, Videos, Videos. Alle wollen Videos sehen. Es gibt keine Videos. Vielleicht hast du einen bekommen von diesen Leuten. Die haben wahrscheinlich das Video, sonst keiner. Und ja, wir waren gestern Go-Kart fahren zusammen. Ich habe ihn zu seinem Vater gefahren. Aber guck mal, guck mal, der erzählt, wie irgendwas privat erzählt. Muss er irgendwo drauf sitzen oder haben die sowas nicht gemacht mit ihm? Ehrlich, aber ... Junge, lach mit voller Ernst. Nein, das kannst du doch nicht bringen. Wie? Die packen einen Jungen, damit die ihn auf Flasche sitzen lassen, oder was? Ja, aber wenn man gepackt wird, ist alles möglich. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen, Bruder. Das ist auch Sünde, auch wenn die das gemacht haben. Das Sünde. Er kann das selber, dass er sich dazu äußern kann. Ja, wo ist er jetzt? Kannst du ihn irgendwo vielleicht ... Er ist im Krankenhaus. Man kann ... Keiner kann zu ihm rein gerade. Nein, ehrlich, keiner kann rein. Keiner weiß, wo er ist. Keiner kann zu ihm rein. Ehrlich. Ich dachte, er wäre dein bester Freund. Ich habe auf meinem Insta, ich war bei ihm, er hat mir das Handy gegeben, er kommt morgen live. Morgen kann er raus. Ich kann nur sagen, sein Gesicht sieht nicht gut aus. Also nicht wie vorher. Ich meine das ernst. Hat er mal Bad bekommen, oder was? Was passiert? Nein, auf jeden Fall nicht, wo vorher. Und da sind nicht nur Flecke und so, damit nicht alle sagen, hier, Dings, Make-up, Fake, alles. Aber er hat gepackt, wo uns 20 Uhr kommt er live. Er gibt Statement. Ja, ob er dann sein Gesicht zeigt, weiß ich nicht. Wenn er das macht, dann ist er mutig. Wo ist er? Welche Stadt? Nein, Bruder, ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Ich war da, im Krankenhaus. Die haben gefragt, wer ist das? So viele Leute sind da hingegangen, um zu fragen, ob er da ist. Aber die haben nichts gesagt wegen Datenschutz. Sie sagen, wir können ihn keine ... Sie können nichts sagen. Die dürfen nichts sagen. So viele haben nach ihm gefragt. Wurde sein Tee so auseinandergegangen, oder wie? Ja, nur Gott weiß, ne? Also sein Gesicht, auf jeden Fall. Ich habe seinen Körper jetzt nicht komplett gesehen. Ich habe nur sein Gesicht gesehen. Er war unter Decke. Ich meine, sein Gesicht sieht nicht mehr normal aus. Aber Alhamdulillah, er lebt noch. Ja, Barbeulen rechts, links. Das ist schon gottlos. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Vielen Dank. Boah, Alter. Das Ding ist, er war nur kurz alleine. Ich habe ihn zu seinem Vater gefahren und danach ... Stimmt es, dass es eine Person kümmert sich um ihn? Leila kümmert sich um ihn? Gerade? Ja, der hat ihn kurz besucht. Das bringt einfach in solche Situation Leila mit rein. Warum kommst du nicht, Borello, ihn besuchen? Bist doch sein bester Freund. Weißt du, wie gut er ihm das tut, wenn du kommst oder so? Weißt du, wer er sich gerade fühlt? Wie fühlt er sich denn gerade? Ja, nicht mehr normal auf jeden Fall. Wallah, wie er aussieht, er wollte sich umbringen. Er wollte draufgehen. Er sagt, gib mir eine Knarre, ich gehe hin. Ich will auf alle sagen. Ich muss selbst sagen. Aber genau so fühlt er sich gerade. Alle denken Promo, alle denken Müge, aber wenn die morgen sein Gesicht sehen, er wird wahrscheinlich nur Gesicht zeigen, wenn überhaupt. Der ist neben dem. Niemals, Alter. Wallah, hier ist ... ich war auf Allah erst nicht neben mir. Ich bin komplett woanders. Er ist nicht mal in meiner Gegend. Ich bin doch nicht dumm. Leute, erkenne ich schon am Hintergrund, wo ich bin. Als ob ich, Dings, Leute zu Harren locke. Hätte ich längst machen können. Viele sagen, vielleicht hat er eine Nasen-OP gemacht, damit sein Gesicht geschwunden aussieht. Nein. Ja, okay, dann wäre dann halt nur Nase und nicht Kopf, hinten, Nacken, alles. Der Borello meinte, bei diesen Autos, die man fährt, die haben ihn gelassen, dass er ...